dann fangen wir gleich mal an mit dem inhalt und beginnen mit dem produktumfang was erwartet sie im htv plus im release 2024 1 patch 04 logisch sagt ja schon der name das programm ist dafür da um holzträger mittels stahlprofilen oder holzquerschnitten seitlich zu verstärken wichtig dabei ist das ist auch der große unterschied ich kann bis zu drei verschiedene statische systeme eingeben und kann diese anpassen also ich kann sagen wie sind diese drei systeme gelagert wie ist die verbindung links gelagert wie ist die verbindung die verstärkung links gelagert wie ist die verstärkung rechts gelagert wie sind sie verbunden wie sind die verbindungsmittel und kann dort über variable stiftförmige verbindungsmittel auch den abstand frei bestimmen in bestimmten bereichen für bestimmte verbindungen und kann so meinen verstärkten träger wirklich sehr komplex aufbauen und auch sagen zum beispiel wo ist welcher träger wie belastet oder welche welche verstärkung kriegt welche last ab dazu hat da sei dazu gesagt ich sage jetzt immer patch 04 patch 04 wenn sie das programm erwerben oder auch testen möchten bitte installieren sie den patch 04 im release 2024 1 denn in diesem patch ist noch mal eine große vielzahl an anpassungen an feinschliff der das programm dann wirklich rund macht und deswegen mein hinweis noch mal bitte patch 04 installieren um das programm in der vielfalt zu erleben ja die sie ihn jetzt bietet so dann haben wir jetzt viel gesprochen über die seitlichen verstärkungen schon was ist denn da so möglich die verstärkungen können sie wahlweise entweder mit mit u oder l profilen gestalten stehen ihnen alle üblichen profilreihen zur verfügung oder ich kann sagen nein ich verstärkste nicht mit stahl ich verstärkste mit holz und kann dann rechteckige holzquerschnitte mit variabler breite und höhe definieren was hier natürlich jetzt sehr spannend ist ich kann das abschnittsweise definieren also ich kann wirklich sagen in einem bereich wie wir das in dem beispielbild hier schon schön sehen ist die verstärkung nur mal lokal vielleicht an der stelle an der sie auch erforderlich ist und kann dann sagen ist diese einseitig zweiseitig in dem bereich nur links in dem bereich nur rechts und kann mir wirklich so individuell meinen träger aufbauen dann natürlich auch immer so ein fakt den man beachten muss ist denn die lagerung noch gleich oder übernimmt vielleicht sogar meine verstärkung in dem bereich die lagerung die mein holzkern gar nicht mehr schafft hat man vielleicht im bestandswesen oft wenn dann diese auflager etwas verfault sind und da ich dann entscheiden muss als statiker ja liegt damit holzkern überhaupt noch richtig auf oder muss ich da die verstärkungen lieber auf legen und dann natürlich immer die frage der lasteinleitung erfolgt die lasteinleitung jetzt nur noch über den kern erfolgt sie über die verstärkung also nehmen die noch mit lasten mit auf oder hängt man sogar noch irgendwas an die verstärkung dran das heißt sie können auch individuell eingeben ja welches system ist wie belastet und dann natürlich wie ich diese drei systeme miteinander verbinde ist natürlich das a und o nämlich die verbindungsmittel sehen wir jetzt mal hier diese ansichten im programm die ich ihnen dann auch noch mal live zeigen werde nämlich die verbindungsmittel die diese drei systeme dann wieder zu einem zusammenfügen was haben sie da für eine wahl in der ersten version können sie natürlich alle stift vermögen bauteile wählen verbindungsmittel wählen das sind bolzen passbolzen gewinnestangen oder die dübel besonderer bauart die kann ich dann frei definieren wo sie sein sollen mit welchem abstand sie sein sollen wo welche welche durchmesser die haben sollen also können sich das ganz individuell gestalten wie gesagt ich zeige es auch dann gerne noch mal live ich kann aber auch die eigenschaften anpassen also wenn ich jetzt vielleicht in einem bereich mal in eine besondere unterlegscheibe braucht die nicht die standard entspricht kann ich das auch anpassen oder ich kann noch ein überstand definieren können sie also auch noch individuell die verbindungsmittel anpassen was noch ganz praktisch ist was wir auch nachweisen ist nämlich die die abstände parallel zur phase also sozusagen nach links und rechts wird geschaut ist da genug platz zum nachbar verbindungsmittel oder auch zum rand und ist dieser abstand den ich nach der normeinheiten muss eingehalten jetzt mal schon beim thema was wird nachgewiesen habe ich jetzt mal noch eine folie gemacht zur bemessung um auch ihnen so ein bisschen den hintergrund des programms etwas zu erläutern auf dem bild sieht man das auch schon ganz schön es wird alles über ein stabwerksmodell berechnet und der holzträger also mein kern mein haupt träger ist dann über die verbindungsmittel nachgiebig mit den verstärkungen gekoppelt und die schnittgrößen und natürlich auch die verformungen werden dann in den teil abschnitten und in den verbindungsmitteln an sich berechnet und dann wird halt einfach geschaut wie ist da die kraft überleitung wie beteiligen sich vielleicht die verstärkung einer kraft überleitung oder können sie ganz schön sehen wie durch den einfluss der verbindungsmittel auch die kräfte umgelagert werden und genau ja dann den die nachweise der einzelnen bauteile ist eigentlich klar mein holz querschnitt oder verstärkung aus holz und die verbindungsmittel werden natürlich nach dem ec5 berechnet und stahlprofile wenn sie dann eine verstärkung aus u oder l machen nach dem ec3 interessant ist noch natürlich die durchbiegungswerte werden dann auch für jedes dieser systeme oder bauteile einzeln der mittel sind natürlich aber immer zusammenhängt als ein statisches system dann zu sehen so soviel erstmal zu den grundlagen des programmes jetzt natürlich immer die frage die sich bei ihm mit sicherheit gestellt hat wo ist denn jetzt eigentlich der unterschied zum dlt plus htm plus ich hätte ja auch noch den alten dlt mit einfügen können denn im dlt plus htm plus alter dlt kann ich natürlich auch sowas eingeben sehen wir hier auf der folie ganz gut ich habe gleich mal noch ein paar beispiele vorbereitet wo wir das mal durchgehen man sieht aber schon ich gebe ein einzelnen träger ein in den programmen also ein statisches system und kriegt dann einen schnittgrößenverlauf raus und dieser schnittgrößenverlauf oder die schnittgrößen die die durchbiegung die ich ermittle für dieses eine statische system werden dann verteilt auf grundlage der jeweiligen steifigkeiten also je nachdem wie steif da meine verstärkungen sind kriegen die mal mehr oder mal mehr oder mal weniger lasten ab und dann werden natürlich die nachweise dafür geführt zeige ich auch gleich noch mal dann werden keine verbindungsmittel nachgewiesen da werden sie jetzt sagen ja im alten dlt da ging das ja stimmt aber im alten dlt wurde einfach nur die maximale querkraft verschmiert gilt für einfache systeme vielleicht okay sie konnten das verbindungsmittel aber auch nicht variabel einstellen wir kriegen damit recht gute ergebnisse für sag ich mal recht einfache systeme aber wir kommen da in schwierigkeiten wenn wir systeme haben die ein bisschen komplexer sind was heißt komplexer zum beispiel systeme mit unterschiedlichen feldlängen dann in dem beispiel hier was ich ihnen gleich zeige gut zu sehen der einfluss von lokalen einzellasten wenn ich teilweise verstärken will ist es schwierig oder wenn ich jetzt nicht sage wie in diesem beispiel die ganze last liegt auf dem holzkern auf und wird dann verteilt sondern ja vielleicht geht ein teil in die verstärkung links ein teil geht in die verstärkung rechts ich kann nicht genau sagen welches von diesen drei systemen welche last wirklich abbekommt jetzt schauen wir uns mal dieses beispiel an was ich schon auf der folie eben hatte ist jetzt einfach ein ganz einfacher einfällt träger kriegt vielleicht als bestand träger ist ja okay kriegt jetzt aber zwei große einzellasten ab und ich muss den verstärken gibt den ein mache also links und rechts zwei profile dran ja die ausnutzung sagt ist doch alles okay wenn ich das jetzt mir angucke aber was berechnet wird sehen wir ich kriege einen schnittgrößenverlauf raus momente oder querkräfte krieg auch ein moment raus und jetzt 36 kNm und das wird jetzt anteilig aufgrund der steifigkeit verteilt auf den holzkern 8,13 und auf die verstärkung jeweils 14,17 14 mal 2 macht 28 plus 8 nach 36 wir sehen also das ist genau einfach aufgeteilt aufgrund der steifigkeit für diese anteilige last wird dann nachgewiesen kriege ich jetzt daraus von 83 prozent für biegung okay passt sage ich okay es ist ja alles im grünen bereich so jetzt habe ich das ganze mal im htv plus eingegeben da sehen wir auch schön diese diese statischen systeme und meine last nur auf dem holzkern das erste was wir sehen hier ist schon mal gct holzkern 109 prozent wieso ist das so sehen wir jetzt auf der nächsten folie da habe ich mal die schnittgrößen verläufe jetzt nur mal die momente erstmal herausgezogen für diese drei statischen systeme und da sehen wir auch schon schön den einfluss der einzellasten je nachdem wie ich meine verbindungsmittel gewählt hatte wir haben vielleicht eben auf der folie kurz gesehen ich hatte da alle 40 cm ein verbindungsmittel gewählt von anfang bis ende einfach gleich abstand gleiches verbindungsmittel und jetzt kommt natürlich bei einzellasten darauf an wo sind die verbindungsmittel und wie wird dann die einzellast auch ausgeleitet wir sehen jetzt dass der holzkern belastet ist und dass ein großer anteil trotzdem noch in den holzkern geht durch diese einzellasten wir sehen das an denen sind verschobenen momenten verläufen und wenn ich jetzt den nachweisen natürlich nicht mehr mit 8,2 waren es glaube ich führe sondern mit 10,8 ja dann ist mein eta natürlich deutlich höher das heißt ich muss mir jetzt noch mal die gedanken machen wie sieht das aus mit meiner verbindungsmittelwahl müsste ich die vielleicht lokal im bereich diese einzellasten enger setzen anderen durchmesser wählen andere festigkeit wählen was auch immer ich müsste also reagieren noch gravierender ist das natürlich wenn wir uns mal die querkraft anschauen auf der folie jetzt links dass die ergebnisse des dlt plus rechts vom htv plus der querkraftverlauf ist natürlich jetzt deutlich anders den erwarte ich vielleicht auch gar nicht so wenn ich mir das nicht mal angucke dass es doch einen deutlichen unterschied gibt in bezug auf die belastung des holzkerns wie macht erst mal der alte wieder der alte kriegt eine maximale querkraft raus macht jetzt im abstand d vom auflager nimmt er sich diese querkraft diese 32 und teilt die wieder auf für den holzkern und für die verstärkung und bemisst dann natürlich die holzkern mit dieser anteiligen querkraft so wenn ich das jetzt aber mal im htv plus eingeben sehe ich dass sich die maximale querkraft für diesen holzkern gar nicht so einstellt wie das vielleicht ich mir überlegt hatte wie das vielleicht bei der verstärkung sich einstellt es sondern dieser einfluss dieser einzellast ist doch so groß dass es ein lokales maximum gibt nicht im bereich des auflages sondern im bereich dieser einzellast das heißt ich kriege jetzt die doppelte querkraft und mein nachweis geht von 43 prozent auf 89 prozent hoch das heißt um so was zu erkennen ist es einfach deutlich geschickter dass in einem programm wie es htv einzugeben wo ich jetzt reagieren kann und sagen kann okay einfach in dem bereich von diesen großen einzellasten brauche ich mehr oder mehr verbindungsmittel aber wie viele welcher abstand ist für mich schwer vorher abzuleiten das ist halt schön dass in einem programm iterativ ein bisschen auszuprobieren und dann zu schauen okay jetzt habe ich wirklich mein ideales system gefunden und es ist so gehört so gekoppelt damit die die kräfte am idealsten verteilt werden so jetzt fasse ich das ganze noch mal auf einer folie zusammen was sind denn jetzt die vorteile haben das jetzt alles schon mal gehört klar ich kann drei individuelle statische systeme erstellen auf dem bild jetzt war vielleicht ein bisschen übertrieben ich habe eine realistische betrachtung der exakten last einleitung in den holzkern das heißt ich habe über die verbindungsmittel genau die last verteilung und habe auch den einfluss über die verbindungsmittel und ich kann wie man das hier unten sieht ich habe es jetzt auch mal ein bisschen übertrieben genau sagen welche last steht wo drauf also ist die verstärkung links und rechts beteiligt die sich geht überhaupt noch was in den holzkern und kann das ganz individuell eingeben und was man hier auch ganz gut sieht ich kann vielleicht ausgefallene lager oder nicht mehr vorhandene lager auch gut darstellen in dem fall ist jetzt dieser holzkern über die gesamte länge also mein längstes teil in diesem statischen system hat aber nur noch ein auflager rechts weil vielleicht das links und in der mitte einfach nicht mehr anzusetzen sind aufgrund von ja den gegebenheiten auf der baustelle und so kann ich mir wirklich mein realistisches system abbilden und kriege auch dann die ergebnisse raus die ich brauche um zu reagieren wie ich meinen träger ideal verstärken so jetzt ist natürlich jetzt kennen sie das wie sie das im dlt gemacht haben und jetzt immer die frage okay schön jetzt gibt es neues programm wie komme ich denn da hin und auch der weg ist natürlich für uns sehr wichtig nämlich die verknüpfung vom dlt plus oder htm plus zum htv plus und wie sieht das jetzt nach meiner vorstellung aus also sie haben im dlt plus vielleicht den bestandsträger mal eingegeben und merken jetzt der bestandsträger geht nicht mehr aus unterschiedlichen fällen ein fall zeige ich gleich live und ich muss reagieren ich habe aber schon alles eingegeben dann gibt es jetzt die verbundenen programme bei frilo die kennen sie ja und da können sie jetzt das gesamte system eins zu eins übergeben ins htv plus und müssen dann dort nur noch die verstärkung und die verbindungsmittel definieren also sie müssen nicht noch mal alles eingeben ich kann mit einem knopfdruck dann im htv plus auch die verstärkung definieren und sie dann entweder ich weiß gleich was ich mache oder halt iterativ anpassen und somit müssen sie nichts doppelt eingeben und es gibt gleich die den schönen workflow von der eingabe des bestandsträgers im dlt plus zum neuen programm und das ganze möchte ich ihnen jetzt gerne noch mal live zeigen an einem sehr praxisnahen beispiel das ist jetzt eine htm plus position habe ich hier eingegeben wir schauen uns erstmal kurz das system an und machen uns damit vertraut damit wir auch wissen worüber wir sprechen es ist also ein ganz einfacher zweifeld träger jetzt irgendein balken der im abstand von 80 zentimetern liegt im nadelholz c30 das erste feld ist ein bisschen größer als das zweite ich habe einfach eine strecken das drauf eine ständige last und eine veränderliche last an der stelle noch mal als dlt plus betreuer mein hinweis wenn sie diesen balkenabstand einstellen denken sie dran bei der last tabelle auch die haken hier zu entfernen wenn sie möchten dass die eingebende last auch über den balkenabstand berechnet wird am besten mal mit der maus drüber fahren über diese last dann ist es die beste kontrolle denn jetzt sehen wir dass unsere 1,9 5 kilonewton pro quadratmeter mal den balkenabstand gerechnet werden und ich so jetzt den balkenabstand auch anpassen könnte aber das ist unser bestand okay das war der ursprungsträger so jetzt gehe ich auf die baustelle und merke okay irgendwie ist beim zweiten auflage was passiert sei es verfault sei es ein schaden keine ahnung ich muss davon ausgehen dass der träger nicht mehr als zweifeldträger wirkt und die kraft durch leitung am zweiten auflager nicht mehr gegeben ist was mache ich ich öffne mal noch eine zweite position ich habe also jetzt am zweiten auflager ein gelenk definiert weil ich einfach sagen kann dass das da stellt sich keine durchlaufwirkung mehr ein es gibt keinen keinen zweifeldträger im klassischen sinne sondern es sind zwei gekoppelte einfeldträger sehen wir wenn wir die ergebnisse gehen natürlich auch schön ich habe jetzt zwei einzelne biegenmomente für jedes feld habe keinen stütz moment mehr und klar der nachweis ist jetzt natürlich dann nicht mehr erfüllt vorher war es noch alles gut 83 prozent jetzt bin ich bei 110 prozent und mein träger ist so nicht mehr tragfähig die durchbügung ist natürlich auch jenseits von gut und böse und ich muss reagieren ich muss was machen und meine erste intuition wäre jetzt ich muss es irgendwie wieder hinkriegen dass ich aus diesen zwei einfeldträgern wieder ein zweifeldträger bastel das heißt ich will eigentlich nur lokal am bereich dieses zweiten auflagers verstärken damit diese verstärkung ja einfach wieder dieses auflager herstellt und diesen schaden sozusagen überbrückt habe ich alles eingegeben wie komme ich jetzt zum htv ich hatte schon gesagt ich klicke auf verbundene programme dort gibt es dann den htv plus klicke ich einmal drauf es öffnet sich das htv plus und im ersten augenblick sieht alles erst mal exakt gleich aus und das ist auch so gewollt denn wir haben hier die gleiche oberfläche benutzt wie beim dlt plus damit sie sich jetzt nicht groß umstellen sie finden alles an den gleichen stellen natürlich gibt es ein paar mehr tabellen klar ich muss hier noch andere systeme definieren aber im grunde ist die die bedienung eins zu eins wie beim dlt plus oder htm plus so ich habe den jetzt übergeben ohne verstärkung wichtig ich klicke auf berechnen ich kann den träger nicht berechnen ohne verstärkung denn es geht uns ja um die verstärkung das heißt sie müssen jetzt verstärkung definieren wie mache ich das ich könnte jetzt natürlich durch die tabellen durchgehen und das alles mal durchklicken wir haben aber auch damit schnell gehen muss zwei knöpfe eingefügt die haben sie vielleicht schon entdeckt sind hier ganz links das ist einmal so ein kleiner block mit zwei us dran das ist unsere stahlverstärkung und ein kleiner holzblock mit zwei anderen holzblöcken nebendran das ist unsere holzverstärkung sie können jetzt mit einem knopfdrück diesem träger automatisch verstärkungen anpinnen oder ja geben ich drücke einfach mal ich sage ja wir wollen stahl verstärken ich drücke auf den knopf und sagt schon gibt ihr mir automatisch verstärkungen jetzt werden sie vielleicht sagen ja schön irgendwie sind also klammern und ich kann das irgendwie nicht so ganz gut erkennen wo ist jetzt die verstärkung wie sieht das ganze jetzt im statischen system aus dazu haben wir jetzt verschiedenste ansichten generiert die sie durchschalten können ich gehe mal hier oben auf system ansicht ist der neue button finden das aber auch alles als interaktiven text links und damit diese arbeitsansicht das ist die ansicht in der wir uns gerade befinden wir können aber mal in die system ansicht mit verbindung klicken das ist das bild was wir eben schon gesehen haben in den folien ich habe jetzt eine verstärkung mit knopfdruck definiert links und rechts von anfang bis ende durch an der stelle kurz noch ein persönlicher tipp von mir bitte definieren sie das nicht so dass sie verbindungsmitteln genau an den auflagern haben ich glaube in der praxis wird das keiner so bauen dass sie direkt beim punkt 0 oder direkt beim auflager irgendwie in dübel durchjagen deswegen geben sie es bitte so ein dass auch die randabstände passen und im bestfall keine verbindungsmittel am auflager vorhanden sind ich gebe das gleich noch mal für dieses beispiel zusammen mit ihnen ein was gibt es dann noch bei den ansichten natürlich auch die die belastung ich muss natürlich sehen welche last steht wo drauf dafür gibt es auch noch mal eine extra ansicht um einfach zu kontrollieren passt die last steht jetzt auf der richtigen verstärkung ist sie links ist sie rechts einfach sehr geschickt zum kontrollieren und natürlich gibt das ganze jetzt auch noch in 3d wo ich mir das mal angucken kann ist jetzt hier bei uns natürlich ein bisschen uninteressant noch ich gehe mal wieder zurück in die arbeitsansicht ich hatte ja gesagt es wurde alles übernommen das ist auch so wir sehen den balken abstand wir sehen die die last die mit dem balken abstand berechnet wurde wir sehen die festigkeitsklasse passt alle anderen einstellungen wurden auch übernommen ich kann jetzt also direkt anfangen die verbindung die ich mit einem knopfdruck erstellt habe anzupassen ich gehe mal die tabellen durch die ersten paar werden ihnen bekannt vorkommen feldabschnitte klar bezieht sich auf den holzkern auflage komme ich gleich noch mal zurück gelenke wir haben ein gelenk definiert das wurde auch übernommen ein querschnitt vom holzkern wurde auch übernommen ist ein 10 auf 18 jetzt kommt schon das erste interessante der querschnitt der verstärkung ich will da kein upe 140 ich nehme an 160er sie sehen wir haben hier unsere u reihen unsere l reihen und dann auch alle profil reihen die derzeit vorhanden sind klick mal auf upe 160 wir sehen das hat sich auch gleich hier geändert denken sie daran ist es ein plus programm sie können auch auf alles klicken dann gehen eigenschaften fenster auf und könnte jetzt auch in der grafik ohne die tabelle das anpassen was ich eben gemacht habe ich mache das jetzt mal in der tabelle jetzt kann man nämlich schon mal wo liegt diese verstärkung und ich hatte ja gesagt ich will die verstärkung nicht über die gesamte trägerlänge eingeben sondern nur in einem bestimmten bereich nämlich neben dem auflager 2 und ich sage einfach mal ich mache das mal 70 cm nach links und 70 cm nach rechts dann habe ich 1,40 m verstärkung und sage jetzt also freie eingabe im bereich 3,3 bis 4,7 so und schon dass meine verbindung nur noch in diesem mittelbereich links für die rechte macht natürlich genau das gleiche die will ich auch von 3,3 bis 4,7 haben jetzt gehen wir noch mal zur kontrolle in die ansicht mit verbindung und wir sehen jetzt das programm ist so clever dass es die verbindung auch wirklich nur da setzt wo auch verstärkungen vorhanden sind obwohl die noch von anfang bis ende definiert sind diese verbindungsmittel merkt er wo sind verstärkungen definiert und setzt auch nur dort verstärkungen an verbindungsmittel an so ich hatte jetzt aber auch gesagt so eine eingabe ist jetzt natürlich ein bisschen zufällig ich will das noch so eingeben wie ich das dann auch auf der baustelle vorsehe nämlich ich will drei dübel links oder drei passbolzen links und drei passbolzen rechts vom auflager gehe ich mal wieder in die arbeitsansicht und das gibt mir jetzt auch noch mal zusammen ein ich will nämlich zwei verbindungsmittelbereiche definieren nämlich auch ein bisschen eingerutscht nicht direkt bei start bei 3,3 sondern ich sage mal bei 3,4 also ich fange schon mal 10 cm eingerutscht an und das jetzt bis 3,8 also auch nicht direkt bis zum auflager jetzt habe ich den linken abschnitt eingegeben alle 20 cm möchte ich denn ich möchte drei verbindungsmittel haben sagt ok nächste zeile und sage jetzt 4,2 bis 4,6 zack und habe jetzt so meine beiden verbindungsmittel bei hier definiert schaue sie mir gleich noch mal an ob das auch so gepasst hat wie ich das mir vorstelle wunderbar jetzt habe ich nämlich drei verbindungsmittel links und drei verbindungsmittel rechts jetzt will ich die noch anpassen denn so ein 8er passbolzen natürlich ganz schön dünn ich sage jetzt mal ich nehme dafür ein 20er 4,6 genau und mache natürlich den bereich rechts nehme ich jetzt nicht andere sondern sagt da auch 20er 4,6 war es genau das kann ich mir noch mal das mit belastung angucken ok und jetzt fällt mir hier noch was aber was auf was ich noch anpassen möchte nämlich jetzt komme ich dahin zurück was ich von übergangen habe die auflage die können jetzt natürlich genau definieren für alle auflage die es gibt ich gelten die für die verstärkung links mit den holzträger für die verstärkung rechts natürlich immer nur wenn die verstärkung auch bis dahin geht also hier ist klar dass die verstärkung links niemals bis zum auflage 1 geht deswegen ist es egal ob der haken da jetzt drin ist oder nicht ich sehe sie optisch für mich ist jetzt nur wichtig ich definiere jetzt dass der holzkern eigentlich in der mitte überhaupt nicht mehr auf liegt denn ich habe gesagt da ist diese diese seit dieser trennung und die auflagung soll jetzt nur noch durch die verstärkung erfolgen jetzt können wir uns das ganze auch mal im 3d angucken jetzt sieht es ein bisschen spannender aus jetzt sehe ich nämlich schön meine verstärkung in diesem bereich kann mal ranzoomen dann sehen wir auch unsere verbindungsmittel unsere 20er passbolzen mit den unterlegscheiben man kann das zur kontrolle mir noch mal angucken ist das links und rechts so richtig eingegeben genau ich gehe mal wieder zurück zur arbeitsansicht und jetzt hoffe ich ich habe alles eingegeben was ich möchte und kann das einfach mal berechnen wunderbar jetzt sehen wir hier schon ich komme von 110 prozent auf 82 prozent die verbindungsmittel sind zu 92 prozent ausgenutzt ich habe das ganze natürlich vorher schon mal eingegeben um zu schauen dass das alles so passt was ich ihnen jetzt hier zeigen möchte interessant wird jetzt vielleicht sich mal die ergebnisse anzuzeigen denn da sehe ich jetzt genau meine drei statischen systeme und die schnittgrößen jetzt hier mal die momente und ich sehe genau es ist das passiert was ich ja wollte nämlich dass die verbindungsmittel für mich wieder sozusagen das stützmoment übernehmen und meine drei systeme zu einem zusammenfügen und wenn ich das mal zu einem zusammen addieren würde hätte ich ja wieder mein zweifeldträger obwohl mein holzkern in der mitte nur ein feld zwei einfeldträger sind aber meine verbindungsmittel übernehmen jetzt das und kriegen genau ja das moment ab was ich möchte gewerker verlauf können wir uns auch mal angucken sieht dann natürlich schon ein bisschen wilder aus aber auch für mich jetzt logisch dass sobald die verbindungsmittel kommen da sehe ich auch immer schön wo sind die verbindungsmittel und wo es da noch mal ein querkraft sprung denn natürlich über jedes verbindungsmittel wird die last des holzkernes ausgelagert oder umgelagert in die verstärkung das möchte ich ja auch so so dann schauen wir uns mal das dokument an das ist glaube ich auch noch sehr spannend sie wissen ja im reite ausgabe können sie das dokument anpassen gibt es jetzt ein paar mehr anpass möglichkeiten weil war mir ganz wichtig dass sie jetzt auch als system bild nicht nur diese diese arbeitsansicht mit drin haben sondern auch natürlich zum nachvollziehen auch diese system man sich mit den verbindungen auch schön vermaßt wo sind verstärkungen wo sind die verbindungen und auch diese system ansicht mit den belastungen sie können das aber alles auch ausschalten wenn sie das nicht haben möchten wenn es sagt dass das reicht ihnen ich brauche nur das system bild das ist auch okay sie können das individuell wie sie möchten anpassen jetzt sehe ich natürlich noch die materialien ich gehe das mal recht schnell durch ich habe natürlich mein holz und mein stahl vom stahlprofil welche querschnitte habe ich definiert für den holzkern und für die verstärkung ich könnte ja auch verschiedene profil an verschiedenen stellen oder da man da manl profil definieren die werden auch aufgelistet dann wird aufgelistet wo ist denn welche verstärkung ist jetzt links oder ist die rechts was habe ich für verbindungsmittel gewählt auch sehr interessant was hat die für werte k sehr wert ist dann natürlich immer sehr wichtig oder das myk aber auch welchen scheibendurchmesser habe ich gewählt falls ich da was anpassen ist das auch alles schön im ausdruck vorhanden ja dann sehe ich die lasten die ich eingegeben habe das kennen sie alles sehe dann eine zusammenfassung und sehe dann natürlich auch ich gehe mal weiter meinen schnittgrößen vorlauf dem uns eben angeguckt haben für die umhüllende der momente der das natürlich auch für die querkräfte sehe dann noch mal ein extra schnittgrößen tabelle für den holzkern die können sie aber auch abschalten wenn sie das möchten habe dann mein gelenk was ich definiert hat mit den kräften und dann wird natürlich jetzt spannend es kommen die nachweise klar ich kriege einmal den biegenachweis für den holzkern den schubnachweis für den holzkern mit den entsprechenden momenten und den entsprechenden querkräften sehe ich das was ich in diesem nachweis übersicht auch sehr jetzt noch mal aufgeschlüsselt mit den zugehörigen werten sie kennen das genauso für die verstärkung links und die verstärkung rechts wenn ich hier unterschiedliche wähle haben die natürlich auch unterschiedliche kräfte jetzt hier bei uns ist natürlich alles symmetrisch das heißt links und rechts ist jetzt gleich die verbindungsmittel wichtig ist ich habe immer zwei fugen selbst wenn ich nur einseitig verstärkt ich habe immer eine fuge links und fuge rechts die ich nachweisen muss und kriegt da jetzt meine meine kräfte raus interessant ist jetzt hier sind sogar die kräfte links etwas geringer als rechts für die verbindungsmittelgruppe ist natürlich da ich hatte zwei verschiedene feldlängen definiert oder mein bestandsregal hatte einfach zwei verschiedene feldlängen jetzt sehe ich hier noch okay ich habe noch eigentlich einen fehler gemacht ich habe nämlich meine zehn zentimeter einrutschen war ein bisschen zu wenig ich bräuchte eigentlich 14 cm als mindestabstand bei meinem 20er passbolzen könnte ich jetzt also noch anpassen genau und kriegt dann so alle nachweise kriege auch noch die auflagerpressung wir sehen jetzt meinen holzkern ist in der mitte gar nicht gelagert das heißt da führte auch gar kein nachweis für die auflagerpressung ich sehe meine verformungen und jetzt für die verformungen meine zentimeter werte wie sehr sich einfach alles durchbiegt als aufgeschlüsselt für den kern und für die verstärkung links und rechts dann sehe ich noch meine auflagerkräfte die haben wir jetzt auch unterteilt in holzkern und die verstärkung damit einfach ein bisschen übersichtlicher wird oder dann natürlich noch meine möglichen kombinationen so jetzt habe ich ihnen einmal schön live dieses ganze beispiel gezeigt müssen sie jetzt nicht alles mitgeschrieben haben denn wir haben natürlich auch dieses beispiel ich zeige es ihnen mal als dokument das ist auch in dem tool jetzt hierhin hinterlegt müssen sie mal schauen da gibt es dieses panel wo sie die fragen stellen können da gibt es auch einen bereich unterlagen da finden sie auch dieses beispiel ich zeige das noch mal ganz kurz das ist nämlich genau das was ich jetzt in live gezeigt habe dieser bestandsträger der dann nicht im bestand noch funktioniert mit diesen drei zuständen urzustand der sanierungs zustand und mein verstärkter zustand und dazu auch mal schön die berechnung und alle nachweise dazu händisch damit sie das mal nachvollziehen können und dann auch für meinen endzustand wie ich das eben gezeigt habe auch die berechnung und da auch schön verlinkt der hand nachweis mit klick in das ausgabedokument was wir uns eben angeschaut haben und dort auch immer befinde ich den nachweis und das exakt dort was also das was bei der handrechnung auch rauskommt auch im programm rauskommt können sie immer schön hin und her springen und schauen wo kommen denn diese zahlen her wie werden die berechnet von der hand und genau kriegen dann exakt mal ein beispiel hergeleitet was machen wir damit sie uns auch vertrauen dass wir hier alles richtig berechnen jetzt bin ich fast am ende ab jetzt noch zum abschluss noch eine folie die sie natürlich interessiert haben sie mit sicherheit einige fragen was wird denn jetzt noch weiterentwickelt natürlich ist ihnen mit sicherheit aufgefallen es fehlen noch die etas beim gebrauchstauglichkeitsnachweis ich habe jetzt im gzg nur die zentimeter durchbiegung da arbeiten wir dran dass sie auch die etas kriegen wenn sie fragen wieso muss man sich mal überlegen das ist jetzt gar nicht mehr so einfach denn man kann jetzt alle drei systeme komplett wild lagern also wirklich der holz kann er hat überhaupt keine lagerung mehr oder nur in der mitte die verstärkung links hat an der lagerung und wir müssen alles wieder zu einem system am ende zusammen basteln um das wlimm richtig bemessen zu können oder herauslesen zu können welche durchbiegung wird jetzt angesetzt da arbeiten wir aber dran dann hatte ich ja gerade das beispiel mit dem ausfall meines mittleren auflagers das habe ich jetzt gemacht als holzkern ich kann das als 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 gelenk dass das geht natürlich für eine lokale stelle aber sie haben vielleicht auch mal bestandesträger die in einem bestimmten bereich mal ausfallen jetzt nicht nur lokal an einer stelle sondern in einem bestimmten bereich und das wollen wir ihnen auch ermöglichen dass sie auch wirklich mal einen kompletten ausfall in dem bereich von dem holzkern eingeben können damit sie dann auch das überbrücken mit verstärkungen dann wollen wir noch anpassen dass die die lage der verbindungsmittel vor allem definiert werden kann das ist jetzt immer in der schwerachse sie sollen dann später auch eingeben können liegt die die verstärkung oberkante bündig und wo liegt dann mein verbindungsmittel in bezug dazu damit wir auch die randabstände und alles nach oben und unten richtig erfassen können dann mit mit sicherheit ich habe noch nicht in die fragen geschaut aber mit sicherheit die frage dabei ja stiftförmige bauteile sind ja stiftförmige verbindungsmittel sind ja schön und gut aber auf der baustelle ist das immer unpraktisch da komplett durchzubohren ich brauche schrauben wenn wir von schrauben da sprechen sprechen sie mit sicherheit von vollgewindeschrauben und nicht von diesen tollen normschrauben die nur einen teilgewinn haben mit dem fangen sie da nichts an vollgewindeschraube heißt aber wir brauchen hersteller hersteller heißt wir brauchen eine zulassung zulassung heißt einmal eine abstimmung mit dem hersteller damit das auch alles up to date bleibt muss der hersteller da auch was liefern damit wir immer die aktuellsten zulassung haben und zulassung heißt auch oft extra nachweise extra parameter da sind wir aber dran das betrifft jetzt zum glück nicht nur das htv plus sondern auch andere holzbau programme bei frilo dass wir damit herstellern in kontakt treten ob die nicht mit uns eine kooperation machen möchten um vollgewindeschrauben einzupflegen ich hoffe dass das in zukunft passieren wird des weiteren was ich mir wünsche ist noch eine optimierung also die verbindungsmittel die sie gewählt haben sind noch nicht zu 100 prozent es sind über 100 prozent ausgenutzt und möchte dann auf knopfdruck machen dass wir für sie vorschlagen wo sie in welchem bereich die vielleicht etwas enger legen damit sowas wie diese lokale einzellast besser abgefangen wird und wir ihnen dann den vorschlag geben auf dessen grundlage sie dann vielleicht weiter arbeiten und das gleiche natürlich auch für die verstärkungen ist aber bei so drei getrennten systemen die ganz variabel sein können natürlich nicht so einfach wir arbeiten aber dran und hoffen dass wir das dann in den zukünftigen release noch nachlegen können dann